Hey Shapefans und Willkommen zu meinem Video. Es ist von Armin für Uhr und wir haben heute, das blende ich jetzt auch nach dieser Begrüßung hier ein, ein Schaf mit Zwillingen gefunden, Zwillinge sind eindeutig zufrieden worden, meiner Meinung nach. Und ich glaube andere werden auch dabei sein, wenn man die sieht. Und wir müssen jetzt dazu füttern und ich habe jetzt die Milch geholt, das ist extra, ja so Lämmer, Milch oder so, Milchpulver und dann angerührt im Grunde immer 100 Milliliter und dann hoffentlich wird es dem besser gehen. Ja, hier haben wir halt dann die Lämmer und das Schaf von der Weide geholt. Wir haben die Lämmer gepackt und dann ist der Schaf und dann hergelaufen. So hatten wir es geplant. Doch das Schaf wollte nicht so und deswegen mussten wir mich dann ein Pferchen mit Zäunen und dann wurde es da rausgefangen und es zum Anhänger dann hingepackt. Mit den Lämmern hatte ich auf den Armin Schaf genommen und dann haben wir das so verladen und dann zu Hause in ein Pferch eingemacht. Jetzt bin ich in der Küche. Hier ist die Milch drin. Die Flasche und das Knöppel trinken. Jetzt werden hier 100 Milliliter abgekült oder ausgerührt. Mit einem einfachen Löffel. Dann brauchen wir ein Mess. Dann wird hier die zweiten Zahl Milliliter abgemessen. Das sind 100 Milliliter. Ein bisschen viel. 100 Milliliter. Das ist so, dann brauchen wir das noch um ganz warm zu machen, denn kalt wird das nicht gekriegt. so was hier. Das ist eigentlich mit Milch hier rein. So. Dann ein Däckerchen drauf. Da kommt es jetzt in die Mikrowelle. Ich habe es jetzt auf eins bestellt. Müsste eigentlich reichen, wie es uns fertig ist. So, Milch jetzt fertig. Uiuiuiui. Warn oder dampft. Trotzdem. Heiß. Heiß. Wasche. Weil ich alles sauber gemacht. Das ist drauf. Und es ist noch so heiß, deswegen halte ich das Wasser halten. Mal schauen. Ich probiere es mal so aus. Heiß. Noch zu heiß. Länger unterbar ist das Wasser. fahrrad. Jetzt geht es nur auf. Nö, freu dich. Regnet. Hier sind wir. Ich überleg grad, wo ich das mache. Hab ich hier. Mä. 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 Ich mach es mal lieber dort unten. Ja! 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 So! Schauen! Irgendwie ein Trinken! Hey! Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Ja! Ja! Hey, komm hier! Ja! 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 Na, saut! Ja! Ja! Ja, saut! Ja! 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 Untertitelung. BR 2018 Jetzt trinkt er es richtig. Ja, war ein Schluck. Richtig Durst. Wurde mal, wie viel du schon getrunken hast. Er ist sogar fertig. Du darfst nicht so viel haben. Kleines. So, jetzt ist deine Schwester drin, Rose. Ich sehe nämlich Rose. Hier, das ist Rosie. Das ist Rose. Das ist Rose. Das ist Rose. Das wirst du. Oh, wie klein die sind. Hopp. Hopp. Alles klar, Rose? Wie ist deine Schwester drin, Rose? Wie ist deine Schwester drin? 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 Pricht. Mööööö. Ja. Vielen Dank. Ich brauche noch einen Namen für sie. Wenn ihr einen wisst, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ist auch ein Mädchen, deswegen wäre ein Mädchen aber nicht schlecht. Wir füttern die jetzt. Das ist jetzt die dritte Flasche an der sie heute. Die... Wort auf. Die erste Flasche haben die jetzt Anfang Nachmittag bekommen, die dritte so Mitte und jetzt halt abends. Dann bekomme ich nochmal eine, wenn ich ins Bett gehe. Jetzt hat die Mama nicht festgemacht. Ja. Ja. Ist da auch nochmal was? Ja. Uiuiuiui. Du hast so einen Hunger. Aber deine Schwester auch. Rose. Rose. Deine Schwester hat auch noch Hunger. Rose. Richtig süß. Ja, du bist kleiner, ich weiß. Ohja. Du hast sie bekommen, musst du schon herkommen. Du hast sie bekommen, musst du schon herkommen. Du bekommst es jetzt wieder, keine Sorge. Ja. Ja, hier. Ja. 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 Du kannst jetzt wieder zu Mama. Hier ist sie. Ah! Nein! Ich da. Hier ist Libi. Komm her, Rose. Ja. So. So. Luft darfst. Darf man nämlich nicht mehr trinken. Und ich komme ja nicht ins Nasserein. So. Die sind schon schwerer geworden. Das sieht. Merkt man. Die sind schon schwerer geworden. Goodbye, Sheepfans.